Jetzt hinten haben wir wieder donizifiziert. Ja, Instagram läuft auf jeden Fall. Danke, Leute. Instagram ist mein Lieblingsmedium. Und ihr rastet einfach gerade aus. Ähm. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich glaube, mein Handy geht gleich leer. Hat man auch... Oh mein Gott. Ähm. Ja. So, machen wir mal weiter. Äh. Auf Snapchat heiße ich Eve LP zusammengeschrieben. So, Multiplayer, Mindplex. Liebe Leute, wer jetzt mit Mindplex spielen möchte, auf Master Builders, auf dem Server... Nein. Wer jetzt mit Master Builder spielen möchte, der... Ich weiß nicht, habt ihr schon gepostet, Eisley? Oder muss ich erst da rein? Ich habe natürlich wieder nicht gemerkt, was ich machen soll. Eisley, schreibt nochmal schnell. So, gehen wir auch schon mal auf Mindplex. Und stellen die Musik wieder auf gut. Die gute Musik, die natürlich auf Mindplex auch schon läuft. Ich weiß nicht, was war denn hier gut? Skin Contest? Murmurs? Boah, die Musik, ne? Warte. Warte, die Musik in Minecraft. Mach doch sowas nicht. Musik ist off. Kann ich nicht ausstellen. Jukebox. Oh, einer hat geschrieben, er liebt mich. Lüge mich nicht an! Lüge mich nicht an! Oh, you must leave spawn before you can chat. Achso, naja gut. Habe ich es besser nicht geschrieben? Ist da ja. Also, ich bin jetzt... Genau, okay. Pass mal auf. Warte mal, hat Eisley nochmal geschrieben? Ich muss einmal kurz mich um die Musik nochmal kümmern. Ah, cool. Jetzt ist Java abgestützt. Das ist manchmal, wenn ich raustappe. Es tut mir leid, ich bin sofort wieder da. Ich wollte jetzt kurz nochmal nochmal gute Musik machen. Oh, das war das, ja. Das ist das Lied. Warte, müssen wir nochmal von Anfang. Das ist so voll schön. Programm schließen. Ja, toll, Minecraft. Geh weg, Minecraft. Guck mal, Eisley, kannst du mir nochmal einschen? Achso, da. Ich bin so doof. Du hattest mir erst ja schon geschrieben. So, Copy. Ah, da bin ich wieder. Alles klar, alles klar. Irgendjemand trickt mich durch die Gegend. Finde ich gut. Lück mich nicht an. Dann muss ich nochmal kurz raustappen und gucken, was ich schreiben muss. Ja, die Yifti ist hier, was Multitasking angeht, ganz groß. Ganz, ganz fit. Geht so, geht so, geht so. Tippen wir jetzt mal Slash. So, war. Jetzt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich sehe ich das ja jetzt dann gleich. Danke, Eisley, danke Eisley. Jetzt bin ich da. Ah, Sarah ist schon da. Und Helene. Ach, guck mal, das ist ja auch süß. Schau mal. Es ist übrigens einer bei, das ist voll süß bei Instagram. Der schickt mir immer regelmäßig Bilder von seiner Katze Timmy. Ihr müsst mir jetzt nicht alle Bilder von eurer Katze schicken. Das ist jetzt so ein Running Gag. Das ist der erste, der das gemacht hat. Und jetzt schickt mir halt ab und zu über Bilder von Timmy. Schöne Grüße an Timmy. Grüße an Timmy, die kleine Strubbelkatze. Hallo. Hallo. Guck mal, da ist auch noch so ein Weihnachtspulli an. Das ist die Eisley. Hallo Eisley. Ei, ei. Guck mal, Eisley, Eisley, Eisley. Oh, nicht hauen. Kati, wo ist Kati? Wo ist Stummis Mama? Wo ist sie? Wo? Ach so, schreibt mich an, oder? Ich kriege es gerade nicht gebacken. Ich bin, ihr wisst ja, bei mir das ist so ein bisschen so. Ah, die I. Ah, kriegt sie nicht ganz so. Oh, Pindu so. Oh, jetzt ist das Game started. Oh, wir sind schon zwölf. Okay. Kix hat mir drei Euro in den Schlüpper gesteckt und mir ein Herzchen geschickt. Vielen Dank für deine Donation. Und für den kleinen Schock an meinem Herzen. Oh, das Lied ist schön, ne? Hör mal. Was geht los? Leute, ich bin aufgeregt. Seid ihr alle aufgeregt? Guck mal, wer ist alles dabei? Guck mal, die sind alle dabei. In der Heli Gaming Matze. Komm mal, Alex, Buddy, Kati. Ah. Cool. Chimney. Wisst ihr alle, was ein Chimney ist? Ein Kamin. Also ein Dings, ne? Ein Kamin. Ach. Gibt's hier, wo gibt's Backstein? Ähm. Da bauen wir einen, ähm... Da bauen wir einen, ähm... Weißt du, was wir bauen? Ein Chimney ist ja ein... Jetzt komm, ich... Ein Schornstein. Wir bauen... Wir bauen einfach einen Kamin. So, Leute, ich bin gespannt, was ihr baut. Aber ihr dürft mir nicht nachbauen, ne? Ihr müsst eigenes bauen. Wer baut auch mir nach? Warum sag ich so einen Scheiß? Keiner baut so einen Schrott wie ich. Entschuldigung, das ist... Ich bin arrogant, glaube ich. Ich bin arrogant geworden. Ich bin echt arrogant geworden. Ich bin total abgehoben. Wir haben ein bisschen Streamer und so. Bin ich total... Wenn jetzt Weihnachten wäre, würde ich noch ein paar Socken dranhängen. Ach, scheiße. Ne, das müssen wir anders machen. Das müssen wir... So, so, so. Ach, das ist falsch. Das muss ja offen sein. Da muss ja... Die Scheiße muss ja abziehen. Vier Minuten nur noch. Oh Gott. Keine Angst, Yves. Ich gucke nicht. Okay. Ja, ihr müsst... Dürft ihr nicht. Dürft ihr nicht. Ich bin so aufgeregt. Dann kann ich schon wieder nicht mehr... Kann ich nichts mehr machen. Chor. Boah, sieht das gut aus. Scheiße aus. Ach, Mist. Mist. Mann, 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 Mann. So. Mhm. Mhm. Oder machen wir den noch zu mir? Ja. Machen wir noch zu? Gott. So. Ich muss das ja erst üben, ne? Wenn ich mit Rewi spiele, dann bin ich so aufgeregt. Und dann... Dann... Dann macht er immer so Sachen. Und dann... Dann ist er immer gemein zu mir. Und dann spielen wir immer nur Sachen, die er noch nicht hatte. Und dann... Dann... Und dann... Weißt du? Und dann verbaue ich mich voll. Und dann verrenne ich mich. Habt ihr die Folge gesehen, wo ich einen Sack bauen wollte? Und da wollte ich lustig sein. War nicht lustig. Nein. War doof. Drei Minuten. Okay, kriegen wir hin. Wir müssen ja da noch... Ach, shit. Und dann verbaue ich mich. Und dann weine ich und so. Und dann... Und dann so. Nee, das ist doof, oder? Nee, das machen wir doch. Da ist so ein Rand drum. Ja. Dann... Dann... Immer lassen die den gewinnen und so. Sarah, du bist so eine Süße, ey. Guck mal, wie geil das aussieht. Und damit würde ich halt gewinnen, ey. Überall. Was? Wie lang noch? Zwei Minuten. Nein! Oh Gott, ich bin runtergefallen. Ich habe mich verletzt. Jetzt pass auf, so... Wir brauchen... Äh... Was brauchen wir denn? Weathered Particles? Flame brauchen wir. Dann brauchen wir noch... Gibt es Smoke? Black Smoke. Genau. So, Flame. Können wir das hier so reinsetzen? Nee, wie geht das? Wie geht das? Gott, dann brauche ich Lava. Kann man das... Geht das so? Perfekt. Läuft da raus, ne? Nee. Scheiße, wie kann ich denn da Flammen draufsetzen? Wie geht das? You placed flame. Oh Gott, wie viel habe ich denn jetzt hingeflamed? Placed. So, machen wir hier so Rauch hin. So, genau. Und jetzt machen wir noch... Gott, Leute, ich kann gar nicht gerade achten darauf, was ihr macht. Machen wir Boden, machen wir noch schnell Holzwoden. Dann machen wir... Ähm... Time of the Day. Ähm... Zwölf Uhr nachts. Dunkel, genau. Dann machen wir noch... Flatbeat brauchen wir nicht. Changegrounds ist alles okay. Weather brauchen wir auch nicht. Ähm... Seid mal kreativer, genau. Warte mal, was gibt es denn? Zombie Pigman? Ich weiß die ganzen Dinger nicht auswendig. Ich bin immer voll... Voll eingeschränkt und so. Ähm... Rabbit, Villager... Katze gibt es nicht, ne? Doch, eigentlich so Ocelot oder so ist das dann. Ich wollte, dass da eine Katze so sitzt und so. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich nur noch ein paar Sekunden und eigentlich bin ich fertig. Aber ich weiß nicht, wie ich Flammen machen soll. Blaze Flame. Und geht das nur auf feste Blöcke? Also auf ganze Blöcke so. Ne. You placed flame. Oh Gott, wo habe ich jetzt überall Flammen hingesetzt? Ja, äh... Ocelot. Ach, Feuerzeug, Feuerzeug. Oh Gott. Ja, äh, äh... Wie finde ich... Suche ich das nochmal? Suche ich. Wo kann ich hier nochmal suchen? Feuerzeug, Feuerzeug. Scheiße, Feuerzeug. Neun Sekunden. Was ist vorbein? Feuerzeug, nein! Ah, sechs Sekunden, egal. Läuft. Sieht super aus. Außerdem geht es ja um das hier. Das ganze Ding. Verstehst du? Ja, okay. Das, ähm... Ich finde, das ist super. Ach Gott, jetzt geht's... Höh? Oh nein, das ist voll meine Idee und es sieht viel besser aus. Ich mach mal amazing. Ja, so sollte meins auch aussehen. Das sieht voll schön aus. Ja, das ist genau so, hatte ich mir das vorgestellt. Aber oben qualm. Oh, das ist auch voll schön. Das mach ich auch mal. Ja, ich bin... Das ist auch schön. Ja, aus Stummis Mama hat das gebaut. Die hat immer Zeit zum Zocken, ne? Musste sich nicht mal um Sturmi... Ja, die sieht ja alles gleich aus, Leute. Amazing. Gebe ich ein amazing, dann ist es wieder Gleichstand. Das ist aber... Was ist das denn hier? Das ist ja hässlich. Oh, guck mal, wie gemütlich. Oh nein. Oh, everything is awesome. Oh, das ist mein Favorit. Ich glaube, ich hätte... Oh, guck mal hier. Mit dem Holz auch daneben so gestapelt. Oh, Sarah. Oh nein. Oh, voll süß. Ja, das ist auch ganz süß. Aber sagen wir mal, das ist gut. Sagen wir... Sagen wir, das ist gut. Die Idee ist ja die gleiche, aber... Ist nicht ganz so gemütlich wie die anderen, muss ich sagen. Also das mit der... Ähm... Das von der Sarah gerade war schon... Oh, das. Oh, das ist ja ein kleiner Traum. Oh, Mann, dann sieht die anderen viel schöner aus. Aber von der Idee... Ich muss ja immer noch gucken, wo ich alles finde, ne? Also ich hätte jetzt, wenn ich drei Jahre Zeit gehabt hätte und so... Was mit dem Dunkel? Mit dem Dunkel läuft gut. Ja, ja. Das finde ich sieht eher aus wie... Machen wir mal gut. It's okay. It's okay. Weil das sieht eher aus, als würde ein Haus abbrennen gerade. Das ist ein bisschen traurig. Ach, das... Ach, guck mal, das ist ja auch süß. Ich sag das gut. Das ist nämlich mal anders interpretiert. Das soll ein kleiner... Ne... 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 Oder? Oder? Oder ist das so ein Holzofen? Eisley. Eisley. Ach, schade, dass Logifex nicht dabei ist. Oh, guck mal. Das ist so ein Round-Around-Rund-Around-Rundherum. Finde ich auch gut. Man merkt gar nicht, dass alle, die den Menschen spielen... Aber wenn sie mich kopieren, sind sie halt auch echt selbst schuld, wer mich kopiert. Okay, oh, guck mal, hat sogar jemand ein Haus drum gebaut. Oh, krass. Also, da gibt's ja schon dafür. Ja, aber... Ah, leider Flammen vergessen. Das ist nicht mal jetzt okay. Weil noch ein Clay-Boden ist und weil Flammen vergessen. Aber das ist also schon... Krass, wie viele Leute spielen denn mit hier? Ach so. Ja, das ist eher so ein Gel-Kamin, ne? Ich mach mal... It's okay. Ein Gel-Kamin. Weil es sollte ja hier um den... Ach so, na gut. Das ist ja... Es geht ja um... Um, um... Können wir nicht reingehen? Doch. Hallo! Ja! Oh, Minka hat Albträume. Ich mach gut. Kleiner, notgeile... Was? Seid mal brav hier. Also, nach... Ja! Katja hat gewonnen! Sauber! Sauber! Also, Sturmis Mama hat gewonnen. Dass Sarah nur auf Platz 4 ist? Aber geil! Geil, ja, geil, 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 geil! Leute, super! Habt ihr Bock auf noch eine Runde? Mit anderen Leuten? Sorry, jetzt müssen natürlich gleich dann die anderen... Raus, damit die anderen... Damit andere auch nochmal mitspielen können. Das ist natürlich... Klar. Erster von hinten. Ich sag auch immer. Auch von hinten kann man Erster sein, ne? Ich trete mal noch einen Schluck und warte mal auf das nächste... Wenn man mal wirklich nachzählt, ne? Ich hab das erste Mal Master Builders überhaupt in meinem Leben mit Kevin und Early gespielt. Zwei Runden, glaub ich. Oder überhaupt nur eine? Da haben wir Soda gebaut. Ich glaub, es gibt jetzt die vierte Runde Master Builders auf meinem Kanal, die ich mit Rewi gespielt hab. Und mit euch hab ich auch schon mal zwei oder drei Runden gespielt, ne? Sonst hab ich keinen Master Builders gespielt. Hallo Leute! Jetzt hast du ja schon neue Leute dabei. Komm jetzt noch rein. Auch von hinten kann man Erster sein. Komm, kann bitte... Irgendjemand, der so meine Zitate sammelt, weil... Kann bitte das jemand... Ähm... Da drauf... Irgendwo hinschreiben. Das ist einfach... Ich mein, ich lobe ja nicht meine eigenen... Ähm... Aber der sieht ja witzig aus. Oh nein! Oder die Mrs. Meep LP. Oh, guck mal nicht. It's Last Coop. Hat zwei Euro gespendet. Hi, nice, der Stream. Gehst du noch auf Gomme? Was mach ich auf Gomme? Vielen Dank für deine Donation von zwei Euro. Was mach ich auf Gomme? Get the camera, I did it. Was? Da ist echt... Ich muss mir mal eure Skins angucken. Und er hat sich so sein... Sein... Sein Schal so ein bisschen nach oben gezogen. Ist auch schon kalt. Er hat sich so über den Mund gezogen. Oh, der sieht echt... Der sieht böse aus... Nicht böse aus. Der sieht lustig bunt aus. Von hinten kann man auch andere Sachen machen. Ja. Massieren zum Beispiel. Meldet ihr jetzt nicht gedacht? Oh, es geht weiter! Oh mein Gott, Leute! Wer ist dabei? Oh, ganz viele neue Leute. Ganz viele neue Leute. Und was geht... Und? Family! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ähm... Was machen wir jetzt? Ähm... Family. Wir könnten jetzt Villager nehmen, ne? Aber das wäre ja blöd. Wir bauen lieber... Ähm... Wir bauen lieber... Wir bauen lieber... Menschen. Weil das ist eine meiner ganz guten Disziplinen. Und das soll... Das ist natürlich... Wie Reh wie immer schön sagt. Kein Pixelart. Das macht man zweilagig. Was natürlich total butschelt. Sie sieht aus. Das hätte so eine Kacke in der Hose. Ähm... Family können auch drei sein. Oh Gott! Oh Gott! Leute, ihr müsst... Ihr dürft jetzt nicht nachbauen, ne? Auf keinen Fall! Ihr dürft auf keinen Fall nachbauen, weil einfach... Das wird jetzt so schlecht. Ähm... Oh Gott! Ich muss ja... Ich muss ja mehrere bauen. Das ist ja nicht nur einer. Okay, pass auf. Ähm... Ähm... Was? Ich kann gleich den Chat lesen. Ich muss gleich wieder den Chat lesen. Ich glaube, das war echt eine doofe Idee, das jetzt so zu machen. Ohne Scheiß. Das war echt eine doofe Idee. Das war doof. Das war doof. Aber es kann ja auch... Ein Erwachsener und ein Kind kann ja eine Familie sein. Ja! Oh, das sieht ja super aus! Ist... Ähm... 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 So... 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 Kfff... Guck mal, da machen wir... Das wird ein Mädchen hier ein kleines Glöckchen an. Ähm... So... Moment, da brauchen wir ein helles. Gibt es hier so eine helle Farbe? So Hautfarbe? Nee, gibt es gar keine Hautfarbe. Nein, nein, nein! Da müssen wir es schön machen! Graue Wolle haben wir schon! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh nein! Hm... Ähm... Pfff... Dieses Männchen, Alter, was? Oh Gott! Oh ja! Oh bitte! Ich flänze schon wieder, weil es so schrecklich wird! Kann nicht mal sowas wie Spongebob kommen oder so! So... Familie, fertig! Gewonnen! Ich möchte gewinnen! Nein, ich möchte... Klar, man will immer gewinnen, aber... Kannst du denn schon wieder... Oh Gott! Oh Gott! Das ist Mutter und Kind, das ist Familie. Fertig aus. Für alle Einsamen da draußen, die nur mit ihrer Mutter leben. Boah, ich finde Haare kann ich gut! Halten Haaren bin ich... Haare bin ich gut! So! Das will ich jetzt mal so gesagt haben. Und die hat natürlich ein... Ähm... Nein, komm! Da muss noch ein Junge hin. Da muss noch ein Junge hin. Das sieht aus in der Entenfamilie. Leute! Bitte! Hast mich nicht! Bitte hast mich nicht! Oh ne, da muss Rose anhören. Bitte hast mich nicht dafür, diese Familie. Familie ist natürlich schöner noch als das. Ist das Pixelart schon? Ich rede mich um Kopf und Kragen, ohne Witz. Ich kann mich echt kaum mehr... Oh Gott, eine Minute noch. Hauptsache, der kriegt noch einen Kopf. Hat die Kleine, hat gar keine... Oh Gott, hat gar keine Arme. Mami, Mami! Kann ich einen Keks haben? Ohne Arme? Keine Kekse. Ähm... So. Der hat natürlich auch so... Bart Simpson. Oh nein! Aber es ist schon gut. Also hätte ich mehr Zeit, wenn ich ein bisschen besser bauen könnte. Äh... So, das sind die Arme. Oh ja, ist sie gut. Oh, ich rette es. Ich rette es noch. Ich rette es noch. Ich rette es noch. Oh, Leute. Leute. Was macht ihr? Warum quält ihr mich so? Arme! Ja, Mami! Ich hab dich an der Hand. Passt. Junge steht da so. Familienaufstellung. Warum steht der Junge da hinten? Das wird uns zu denken geben. Ne, warte, was machen wir weg? Ähm... Ne, das muss da hin. Hab ich falsch schief gebaut, ne? Hab ich tatsächlich? Die macht so die Hüfte so schräg. Weißt du, was ich meine? So. Ne, das muss... So. Also, wenn das nicht eine wunderschöne Familie ist. Wenn das nicht eine glückliche, wunderschöne Familie ist. Ähm... Sunny haben wir schon. Particles brauchen wir nicht. Time of the day. Passt auch. So. Boah, guck mal. Also, wenn das nicht eine wunderschöne Familie ist. Weißt du, aber sei der wunderschöne... Das ist eine wunderschöne Familie. Das ist eine wunderschöne... Bist du die echte Yves Elpin? Ne, ich bin der Yves, ihre Mutter. Ne, Quatsch. Ah, jetzt muss ich... Was ist das denn? Rotes... Kotzen die sich an? Ah, gut. Familie kann natürlich auch scheiße sein, ne? Würgegriff. Ja, geil. Oh nein, ich wollte sagen... Everything is awesome. Scheiße. Oh Gott, guck mal. Das ist ja die Interpretation von Familie. Okay, das ist auch voll gut. Ich mach mal... Amazing. Oh Gott, wie schön ihr das gemacht habt. Oh, ich wollte... Das erste war so geil, weil sie sich... Das ist auch wunderschöne... Auch mit den Zähnen. Oh Gott. Was ist das denn? Ist das ein... Oh nein, da wickelt einer ein Baby oder was? Oh Gott. Amazing. Alter, wie süß ist das denn bitte? Oh nein. Ist das ein Einhornbaby? Guck mal, guck alter, was ich für Männchen hingebracht habe. Und was für Männchen einfach hier mal hingebracht wurden. Aber es sind nur zwei. Deswegen gibt es nur Amazing. Oh, aber das ist... Alter, guck mal mit so... Oh, Sarah, du bist ja mega der Streber. Tschüss, Stimmis Mama. Wie du gehst duschen? Jetzt? Ja gut, das ist... Oh, wie süß. Eine Entenfamilie. Versteht ihr? Dark Family. Oh. Aber ich muss... Aber ich kann nicht... Doch, auch ist Amazing. Oh nein. Oh, guck mal. Oh nein, ist das süß. Oh Mann, die sind alle gut. Ich werte viel zu gut. Und die sind auch... Was ist das? Ja, das ist auch eine coole Familie. Ich mach mal, ist gut. Weil die anderen mir etwas besser gefallen haben. Etwas besser. Aber die sind auch voll schön. Mann, ich kann gar nichts in Masterbuilders. Okay. Immerhin hab ich den dreidimensionalen Raum genutzt. Und... Mann, ich sehe aus, als wäre ich blind. Ich meine... Das sieht aus, als wäre ich blind. Das ist auch süß. Aber das ist gut. Also, ich finde das so... Mit Villagern finde ich das auch... Guck mal, vom Fernseher. Ist auch voll süß. Eine gemischt rassige Familie von Eve. Ja. Genau. Oh nein. Die sitzen auf der Couch. Wie süß. Aber... Ich mach mal, it's okay. Weil ich nicht so wirklich erkennen kann, ob das Männchen sind. Und die Simpsons soll das sein. Das ist auch voll süß. Aber ich kann immer nicht schlecht bewerten. Was ist das denn? Oh, das sind auch die Simpsons. Marat Schumann. Oh, das ist eine gute Idee. Deswegen manchmal, it's good. Sorry. Aber manchmal, ne? Weil es so artistisch, so künstlerisch ist. Finde ich. Weil man es trotzdem erkennt, Eisley. Geil, Eisley. Doch. Nicht gut. Das wäre jetzt auch so meine zweite Option gewesen. Da mach ich mal... It's okay. Weil... Wo ist das Kind? Wer möchte einen Villager als Kind haben? Nein, das ist ganz okay. Das ist ganz okay. Ich kann einfach nicht... Quittet da direkt aus. Mrs. Meep hat gewonnen. Das hat gewonnen. Okay, das war auch wirklich... Das war wirklich auch mit den Haaren da oben und sowas. Das ist schon schön. Das wirklich. Und das Baby da mit dem einen Zahn. Sauber. Krass seid ihr gut, ey. Können wir auch ein paar... Jetzt mal, Leute... Ein paar schlechte Leute rein. Bitte. Mal Eisableeding Leute rein. So bei Eisableeding Level. Bitte. Oh man, das macht so Spaß. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 0 Uhr. Dann machen wir mal so zwei Runden noch, oder? Oh, ich bin wirklich so hysterisch. Ich bin so aufgeregt bei Master Builders. So. Machen wir noch zwei Runden. Die Besserung, die es gibt... Och, Rick, bist du krank? Oh Gott. Was hast du denn? Gute Besserung. Macht mal nicht... Ihr müsst nicht alle jetzt mir einen Account erstellen bei Instagram. Das ist ja total süß von euch und so. Aber es ist natürlich cooler, wenn zum Beispiel ein paar Accounts und so die Zitate sammeln und so. Aua. Ja, obwohl, wenn jeder Zitate sammelt, ist vielleicht... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, meine Account wurde gerade gehackt, Luisa. Oh nein. Herzlichen Glückwunsch, Fütten, Willi. Auch schön. Zum Geburtstag. So. Sarah, du bist ja voll der Strieger. Du bist ja voll der Strieger. Oh. Oh Mann. Was? Han, deine Katze ist krank. Magst du Doppeldöner? Was ist ein Doppeldöner? Doppel D? Was, Stummis? Mama ist... Ich baue jetzt was Schlechtes. Ja. Bist du noch dabei? Kati ist noch dabei. Dann bauen wir was Schlechtes. Nein, das ist auch blöd mit Absicht. Boah, ist mein Handy schon komplett... Ne, fast. Es ist auch schon rot. Alles klar. Stromsparmodus. Instagram rastet völlig aus. Danke. Dafür. Wahnsinn, echt. Oh Gott, es geht los. Ich kann ja eigentlich wohl gerade nochmal gucken, was da Neues gibt. Ich bin völlig... Wie fasst du Haustiere? Ja, ich habe eine Katze. Ich hatte früher zwei. Die eine ist vor kurzem gestorben. Egal. So, was kommt, was kommt, was kommt? Superhero. Oh mein Gott. Okay, das sind die Leute, die da dabei sind. Und jetzt bauen wir... Man kann natürlich jetzt einen Batman bauen. Man kann natürlich einen Superman bauen. Ich baue jetzt Superman. Der hat... Ich weiß gar nicht, was der für Klamotten handelt. Ich baue wieder einen... Aber, pass mal auf. Den bauen wir... Oh! Boah, was? Schlipperfüller. 15 Euro in meinen Schlipper gesteckt. Are you kidding me? Vielen Dank. Und ein Herzchen für dich. Das ist echt Wahnsinn. Du bist echt der Wahnsinn. Also echt, was willst du? Was soll ich? Deine Kinder taufen oder so? Pass mal auf. Das wird jetzt ein Experiment, Leute. Und ihr müsst echt schlecht bauen. Weil es könnte sein, dass das nichts wird hier. Weil, aus Gründen... Oh Gott, warum kann man nicht mehr als 5 Minuten haben? Echt. Ich möchte natürlich, dass... Wisst ihr, was ich machen will? Versteht ihr das? Oh, 4 Minuten nur noch. Bei 4 Minuten kriege ich schon die Krise. Da ist aber schon eine Minute rum. Ähm, ähm... Nee, so... Versteht ihr, was ich machen will? Ich will... Ich bin... Ich komme schon mit der Steuerung hier nicht ganz klar. Zack. Jetzt brauche ich Hautfarbe? Nimmt man das dafür? Nee. Das nimmt man dafür, oder? Oh nein, das fällt ja runter. Scheiße. Scheiße. Was kann ich denn da nehmen? Das nehme ich. Oh Gott. Das muss ich schnell wegmachen. So. Und der andere Arm... Das sind natürlich die Arme, ne? Weil der fliegt ja. Weißt du? Machen wir so. Der andere Arm ist nur nach hinten. Und die Beine sind auch so zusammen. Oh mein Gott. Ähm... Ja, da machen wir irgendwie sowas. Beine. Zack, zack. Ne, warte. Die müssen ja so nach hinten abgestreckt sein. Und dann müssen wir natürlich jetzt noch... Boah, ist das Cape Rot, ne? Von Superman. Boah, die Leute... Ich kann den Chat leider gerade nicht lesen, aber wahrscheinlich schreibt ihr gerade so... Was ist das? Bitte. Man könnte ja auch das Logo einfach bauen, aber... Boah, ja, ja, ja! Guck, wie geil! Oh Gott, baue ich mal einmal was, was mir gefällt, was ich lustig finde. Das wäre cool. So. Ähm... Oh nein, warum... Sand! Ach, scheiße! Ach, Mist. Ja, aus Stein ist natürlich doof, ne? Aber ich wusste nicht jetzt, was ich als anderes nehmen sollte. Was? Mir hat jemand was gerade geschickt? Bei Skype. So. Ähm... Jetzt machen wir noch schnell Haare drauf. Schwarze... Clark Kent hat schwarze Haare. Falls eh jemand es noch nicht wusste, Clark Kent ist Superman. Leider, sorry für Spoiler. Der spielt auch in Star Wars im Neuen mit. Nein, natürlich nicht. So. Okay. Das Männchen war cool. Bis, ähm... War ja so gelb. Warte mal, dann machen wir noch... Hinten irgendwie... Müssen wir noch ein S drauf machen, ne? Scheiße. Ähm... Superman. Warte, müssen wir noch schnell... Oh Gott, nur noch eine Minute. Ungefähr. Leute! Knöpfe für die Augen noch. Oh ja, Gott, was... Wie finde... Wo finde ich denn Knöpfe? Wo finde ich Knöpfe? Oh, Leute, nein! Knöpfe, Knöpfe, Button! Ja, der Kopf ist echt scheiße. Oh Mann, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben. Jetzt noch schnell. Den Boden und noch schnell. Aber noch Wetter machen wir natürlich noch. Storming. Und, ähm... Weather machen wir... Äh, warte mal, machen wir Tageszeit. Time of the Day machen wir... Machen wir... Abends so ein bisschen. Das soll spannend sein. Dann machen wir Particles machen wir noch. Glitzer schnell oder sowas. Smoke? Sparkle. White Sparkle. Ja. Kann man... Sparkle. White... Ja. Tchoo, tchoo. Tchoo, tchoo. Boah! Boah! Das... Das! Guck mal! Krass! Und mit dem Gesicht bin ich nicht zufrieden. Aber da habe ich einfach auf die Schnände leider... Keine... Keine... Was nimmt man denn für Haut? Browne Wolle? Nee. Was nimmt man denn da? So, wir lassen das jetzt. Ja, der Kopf, da bin ich noch nicht ganz so mit zufrieden. Aber der Rest... Da habe ich richtig... Toll! Ja, Superman! Oh, es sieht wieder aus, als hätte Sarah das gebaut. Das finde ich auch wieder cool. Aber ich mache mal... Gut. Weil es nur so ein Männchen ist. Weil ich meins besser finde. Weil der fliegende Superman... Der fliegende Superman... Das finde ich einfach... Habe ich so gut gemacht. Was ist das? Ein Herz? Wo steht er? Für mich ist jeder ein Held. Abonniert... Och, das ist süß. Ich mache mal... Ich mache mal gut. Weil es ist süß. Für mich ist jeder ein Held. Ist schon süß. Da habt ihr mich jetzt gekriegt. Ach, ihr seid süß. Was ist da? Oh nein, da hat auch einer eine Fliegende gemacht. Meiner ist besser! Mach mal. So. Was mache ich? Da mache ich ganz klar. Mäh. Das war dann genau der Furz. Ich weiß, da muss ich Mäh machen. Allein schon, weil... Damit meins... Hulk! Geil! Oder ist das Hulk? Oder ist das Shrek? Mach ich mal... It's okay! Aber das ist geil mit dem... Also hier wieder den Bizeps-Flex. Finde ich ganz süß. Das ist ein Held mit einem... Mit einem Cape? It's okay. Ja, it's okay. Oh, was, Sarah? Ja, da ist mal Superman, den Hitlergruß macht. Auch nice. Quatsch. Ich mache mal... Ich mache mal It's okay. Das ist auch irgendwie ganz süß. Ihr müsst mich extra auch nicht schlecht bauen, ne? Oh cool, jetzt ruft jemand bei mir an. Keine Ahnung, wer das ist. Was ist das denn? Aber... Oh Gott, das ist ja mega süß. Aber ich mache mal It's okay. Ich weiß zwar nicht, was es für ist. Boah, krass, ist das gut. Wie das Cape auch weht. Guck's dir an! Und die Füße so ausgestreckt, so. Everything is awesome! Du bist auf das hier vorne in I have like. Oh, das ist ein... Ist das ein Iron Man-Helm, ne? Finde ich... Gut. Gut. Finde ich gut. Also, man kann es so ein bisschen erkennen, aber es ist jetzt auch noch nicht so... In die falsche Hand. Ach so, scheiße. Der ist mit der linken... Ich bin Linkshänder. Weil mir fliegen die mit dem... Ah, das ist... Stimmt. Der hat ja rote Schuhe. Ich mache amazing. Obwohl, der guckt nach unten, ne? Das sieht ja so aus, als würde der gleich vom Himmel runterfallen. Guck mal, it's okay. Guck mal hier. Warum hat das hier so Dinger in Tarsien? Was macht man denn immer als Kopf? Superman is so popular, ne? Ton oder Clay? Ah, okay. Was ist das? Soll das ein Batman sein? Alter, warte. Ich muss gut sagen, weil ich es einfach so geil finde. Oh, das ist süß. Das ist echt mega süß. Mrs. Me... Ah, das war das. Ja, das war cool. Oh, ich bin Dritte. Ah, sauber. Danke, Leute. Ach, wie cool. Ah, Wahnsinn. Warte, jetzt machen wir mal kurz... Lass mal kurz Pause machen. Also wir machen jetzt... Kannst du schon mal neue Leute reinholen? Ich möchte mal kurz nochmal den Chat ein bisschen lesen, weil sonst kann ich den während ich baue und so muss ich mich mal so konzentrieren, weil ich eh immer zu wenig Zeit habe, dass ich gar nichts lesen kann. Ja, kann. Ähm... Was hast du von deinen Lieblings-Weihnachten... Ich habe zu Weihnachten meinen Lieblings-Chai-Tea bekommen, den man so einrühren kann mit Wasser. Und Trivial Pursuit, die neue Family Edition. Ich habe mir eigentlich gar nichts gewünscht, aber irgendwann schenkt man sich halt auch nicht mehr so viel, ne? Ich habe Geburtstag, kannst du mir gratulieren. Lea. Herzlichen Glückwunsch, Lea. Zum Geburtstag. So, jetzt könnte es wieder... Entschuldigung. ...auf den Server kommen. Und... Eine neue Runde. Ich muss mal kurz nochmal das Musik... Das Musik ändern. Also mal auf... Walk on by machen wir natürlich wieder. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass ich in der Zeit jetzt, wo ich... Wo ich nicht auf dem Craft-Attack-Server bin, Dinge passieren. Aber ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. So. Müssen wir mal ein bisschen alles wieder sortieren. Also so. Ich bin nicht gar nicht so oft, Zander. Arschloch. Nein, Quatsch. So. Guck mal, da hatte ich jemanden noch... Hallo. Die hat noch gar nicht seine Weihnachtsklamotten ausgepackt. Ausgezogen. Was würdest du mal machen, wärst du unsichtbar? Fragt Al Palama. Was würde ich da machen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde so Stars besuchen. Ich würde gucken, was die machen. Aber vielleicht ist das gar nicht so cool. Weißt du, dann merkst, dass das auch nur Menschen sind. Das ist einfach voll blöd. Was? Mag man da Telefonstreich auf? Irgendwann habe ich nicht gelesen. So. Ja, go. Go, go, Eisley. Has gone. So, was? Wen haben wir jetzt dabei? Ninja, Affe, Keks. Ah. Jobe, Buddy, Murph. Wie ist mein Skin, Jobe? Wer ist denn, wo ist denn Jobe? Wo ist denn Jobe? Da. Ja, ne? Kann man machen. Vielleicht kann man anbieten. Würde, würde jetzt Nico sein. Kunga sein. Kann man anbieten. Weil wir... Wir könnten ihn einfach trollen, ne? Wir könnten Zander trollen. Oh, wir könnten Zander drauf. So. Alles klar. Neues Thema. Neues Thema mit diesen Leuten. Und zwar, was kommt? Aua. Hier kann ich nicht mehr sitzen bald. Tank. Tank. Okay. Tank heißt auf Englisch, ähm... Sag ich jetzt nicht. Vielleicht wisst ihr es ja nicht. Boah, hier sieht das klar so scheiße aus. Gibt's das nicht auch in schön? Ähm. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das Fundament mache. Okay, ich sag's jetzt dann einfach. Tank ist ja Aquarium. Dann nehmen wir das hier. Und bauen jetzt hier erstmal so ein Fundament. Boah, wie andere das... Achso, man kann das ja gedrückt halten. Stimmt. Aber trotzdem, dann verbaue ich mich direkt. So. Das machen wir jetzt mal. Ähm. So, so ein Fundament. Oh Gott, ey. Von der Zeit her das gar nicht. Da könnte man sowas Schönes bauen, wenn man Zeit hätte. Und wenn man das hier könnte. Weil ich mal zu weit weg bin. Und hier so rum... Achso, Tank ist ein Panzer. Ne, es könnte auch ein Fischtank sein. Ach, so. Bei mir ist es ein Fischtank. Ja, ich mach jetzt ein Fischtank. Du bist blöd. Was ich mach das? Zieh das durch. Tank ist ein Panzer, stimmt. Aber ein Tank ist auch ein Fischtank. Das könnt ihr mal gerne nachschauen. Ja, Fischtank gibt's auch. So. Und wer jetzt einfach nur sagt... Oder warte mal, sieht das andere Glas? Das andere Glas sieht bei Tank nicht besser aus. Wer sagt denn, dass das der Tank ist? Der Panzertank ist. Wer sagt denn, dass die anderen nicht alle falsch liegen? Und dass vielleicht ein Fischtank ist? So. Und deswegen mache ich jetzt einen Fischtank. So. Alle anderen sind falsch. Alle anderen sind falsch. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Jetzt machen wir noch schnell eine Reihe. Ding, 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 ding. Ding, ding. So. Dann machen wir ein paar Fische rein. Ein Schwamm natürlich muss rein. Und es müssen natürlich ein bisschen hier fern rein und so. Also den kann ich hier nicht platzieren. Egal. Dann machen wir hier rein. Oh Gott, das wird ein Desaster. Kann man hier irgendwas platzieren am Boden? Panzer und Becken. Dann machen wir hier einen Schwamm so in die Ecke. Äh, und dann machen wir hier, äh, und dann machen wir hier, so. Machen wir Fische rein. Und ein bisschen große Fische, ne? Machen wir mal so, so, so einen Fisch. Zack. Ne. Was machen wir denn für Fische? Wie sehen denn Fische wohl aus? So, das sind dann halt so Fische. Ähm, dann machen wir noch, ähm, blaue Fische rein. So. Ne, die paaren sich gerade. Ne. Machen wir so einen, der schwimmt gerade so nach oben. Ne, dann sieht man den Schwamm nicht mehr. So. So. Das ist sein. Das ist mein Tank. Und mein Tank ist, oh, Wetzbunge. Brauchen wir auch noch ein bisschen, oder? Brauchen wir noch ein bisschen Wetzbunge? Ja, machen wir noch ein bisschen Wetzbunge hin. So. Mhm. So. Genau. Jetzt machen wir natürlich da Wasser rein. Klar. In dem Tank muss Wasser rein. Was? Sorgt der Schwamm alles auf? Ach, Quatsch. Achso, der wird wet, ne? Was? Äh. 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 Das Wasser rein. Alles voller Wasser. Äh. Ich komme nie wieder raus. Hilfe! Oh Gott, nur noch. Oh nein! Oh, das wird so ein... Wie komme ich denn? Oh Gott. Hm. 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 So. Ähm. Ja. Also ich finde das geil, muss ich sagen. Und jetzt machen wir noch schnell oben, äh, den Deckel drauf. Hm? Hm? So. Deckel drauf. Schnell. So. Und dann machen wir vielleicht noch, ähm, oben so. Ähm, das sieht dann aus, als wären das so Leuchtstoffröhren oder so. Weißt du? So. Machen wir noch so Leuchtdings drauf. Nein! Tank ist ein Aquarium, Mann! Toll! Dann bauen wir jetzt hier noch, machen wir noch, ähm, vielleicht... Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Warte, ach, wir müssen noch schnell den Untergrund machen. Den Untergrund machen wir, steht natürlich auf Holz. Ja. So, und dann machen wir vielleicht noch Particles rein. Watersplash. Kann man das da noch reinmachen? Nee. Nein! Nein! Oh, jetzt ist da ein Loch drin. Ja gut, es ist halt also offen. Ha! Ein Panzer im Wald. Das finde ich den... Was ist denn das? Ein Panzer sein? Nee. Nee. Oder was soll das sein? Was ist das? Okay, das ist auch ein Panzer, aber... Ist das ein Leopard? Jetzt okay. Hau mich jetzt nicht ganz so um. Obwohl das vorne ist schon ganz cool hier. Obwohl, die Kettendinger hier so... Aber jetzt okay. Ja, der ist definitiv schon besser. Gut. Mach ich mal gut. Aber es ist... Also eigentlich müsste ich ja überall sagen, my eyes are bleeding. Weil ein Tank ist ja ein Tank. Na? Also ist ja ein... Ein Wassertank. So. Ja... Das ist die voll scheiße. Jetzt muss ich mal hier so... Lies mich nie vor. Ja, ich kann ja beim Bauen hier gar nicht reingucken. Jobe hat das gebaut. Das ist auch voll süß eigentlich. Obwohl, ich mach mal hier. Obwohl, das ist... Ähm... Ein krasser Tank... Tank... mit extra echten Fischis drin. Oh Mann, ihr habt keine Ahnung. Wenn ihr mich schlecht bewertet, ne? Dann hau ich euch kaputt. Nein, Quatsch. Den finde ich gut. Also ich finde das mal schön, wenn jemand diese Ketten-Dinger hier so gut interpretiert. Finde ich gut. Heißli, yeah. Den finde ich auch gar nicht schlecht. Vor allem, dass oben jemand in dem Führer-Häuschen sitzt. Finde ich auch gut. Also es hat mich jetzt noch nichts umgehauen, muss ich sagen. Aber gut, Panzer vielleicht... Panzer ist vielleicht auch nicht so... Hör, der sieht ja fast krass gleich aus. Den finde ich ist okay. Weil der vorne sieht ja eher aus wie ein... Obwohl... Ich war voll gemein. Ach komm, Job. Ich muss mal auch mal härter bewerten hier. Aber ich kann nicht bauen, ja? Ich kann auch nicht bauen und werde scheiße bewertet deswegen. Siehst du, da muss auch scheiße bewertet werden. Oh, das heißt scheiße. It's okay. Führer-Haus. Ja, sei es ja so. Da stand Frau Yves denn für... Frau Yves oder für Yves den Streifenfuchs? Ach, wie süß. Hat jemand wieder die Ketten gut interpretiert? Aber ich sag mal, it's okay. Weil da so wenig Details dran sind. Ich fand mein Tank einfach am besten. Ich fand mein Tank einfach am besten. Doch, 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 doch. Wenn ich nicht gewinne, dann habt ihr keine Ahnung. Wie ich jetzt einfach mal... Oh Mann. Kicks hat gewonnen. Yeah. Also, echt keine Ahnung. Nee, jetzt keine Runde mehr. Jetzt keine Runde mehr. Jetzt muss ich aufhören. Jetzt machen wir hier... Ich gehe jetzt mal runter. Lieber Leute. Wobei ich auch die Musik kurz wieder umstellen muss. Jetzt hören wir nochmal Walk on by. Und jetzt können wir uns überlegen, ob wir nochmal kurz in Craft Attack einloggen und gucken, ob zwischendurch Zander unsere Butze in Brand gesetzt hat. Machen wir jetzt nochmal schnell. Vielen Dank, Icely. Wieder für das Bereitstellen und das Instandsetzen. Instandsetzen hört sich falsch an. Von der Runde Master Builders. Vielen Dank dafür. Sehr geiler Service. So, Kraftattacke. Weißt du, ich baue voll das schöne Aquarium und keiner weiß, was Tank heißt. Keine Ahnung. So.